Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heaven Park. Wir sind gerade in diesem netten Naturreservat, in dem wir uns um Campingplätze kümmern müssen. Da können wir kurz gucken. Unsere Quests sind immer noch die gleichen und unsere Camps, die wir bisher auf der Karte entdeckt haben, sind vier. Sonnebucht, Weitenufer, Schwarzer Tum und Westbach. Es geht voran. Doch wir wollten jetzt einfach mal Genn Norden gucken. Wäre zumindest mein Plan gewesen. Ressourcen sammeln und gucken, was uns hier noch so erwartet. Würde ich jetzt mal gucken. Wir können in der Welt alles Mögliche reparieren, wenn wir gerade genug Ressourcen dabei haben. So, gucken wir mal, wo geht es hier hin? Canyon, Goldfeld, Pilgerpfad. Okay, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo wir hinwollten. Gehen wir einfach mal hier lang. Ja. Der Plan ist nicht so beeindruckend. Ja, wir haben rechts oben unsere Ressourcen. Und oh, hier sieht es aber sehr nett aus. Okay. Goldfeld, Pilgerpfad, Canyon. Na gut. Hm. Sehr interessant. Hier sieht es toll aus. Hier sieht es echt nett aus. Okay. Okay. Hm. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich bin immer verwirrt, in welche Richtung ich gehen soll. Eigentlich wollte ich gerne Norden gehen, aber hier sieht es so nett aus. Warte. Warte. Neun. Okay. Sieben. Hm. Wir waren gerade bei sieben. Aber wir können ja mal auf die andere Seite gehen und gucken nach Loot. Yes. Love it. Loot ist das Beste. Uh. Hier oben waren wir noch nicht. Wo sind wir jetzt? Oh. Das Rad ist kaputt. Vielleicht kann ich Ersatz finden. Oha, repariere den Taktor. Okay. Wir haben eine Nebenquest bekommen. Unsere erste offizielle Nebenquest, oder? So. Dann looten wir hier noch ein bisschen. Wo sind wir eigentlich? Oha. Was ist das da unten? Ein Brief? Sieht aus, als hätte ihn jemand verloren. An wen ist er adressiert? Herr Bärt. Und die Adresse ist? Die Zuflucht. Alte Schlossstraße. Hm. Vielleicht ist es ein wichtiger Brief. Ich sollte versuchen, diesen Ort zu finden. Oh. Wir kriegen gleich mal zwei Nebenquests. Okay. Okay. Vorher hatten wir keine Nebenquests. Jetzt haben wir gleich zwei auf einmal. Auch nicht schlecht. Uh. Oh. Hier gibt es so viel Loot. Loot, Loot, Loot. Oh. Das ist lässig. Also bei mir legt es ein bisschen. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so krass. Ah. Ist ein bisschen schade, wenn so Games leggen. Aber es ist halt so süß und klein. Und Nummer acht. Nicht genug Ressourcen im Inventar. Okay, okay. Uh. Aber hier gibt es Loot, Loot, Loot. Haben wir jetzt genug Ressourcen? Ne. Leider nicht. Pizza einsammeln. Oh. Da drüben ist Geld. Wo geht es hier lang? Hm. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt, ja, schon wieder vergessen, wo wir eigentlich hinwollten. So, gucken wir mal auf die Karte. Vielleicht bringt uns ja die Karte was. Okay, die Karte sagt uns auch nichts. Na gut. Wir decken die Karte nur auf, wenn wir quasi ein Camp finden. Okay, du, okay. Wieder was gelernt. Wir sind wahrscheinlich gleich zu voll. Du trägst zu viel. Kacke. Okay, wir müssen in ein Camp. Wir müssen dringend in ein Camp. Nur, wo sind wir? Es regnet. Warte, sind wir hier, wo unser Camp ist? Oder täusche ich mich gerade? Gell? Ne, wir sind wo ganz anders, glaube ich. Oh je. Oh ja, hier. Nein, Loot. Oh nein, hier ist Loot, Leute. Loot. Ah. Okay, wir hätten wahrscheinlich in die andere Richtung gehen sollen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ach, Kacke. Okay. Ja, wir drehen wieder um. Das bringt ja sonst nichts. Aber wir müssen hier überall noch rumlaufen. Hier ist überall Loot. Aber es wird auch nichts bringen. Ne, hier sind die Wände überall so hoch. Ah, aber hier muss doch auch wieder irgendwo ein Dorf sein, oder? Oder ein Camp halt. Und es kann ja nicht sein, dass wir hier nichts finden, oder? Gucken wir mal. So. Okay, Geld können wir wenigstens mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir hier so am Rande der Map rumlaufen. Aber irgendwo müssen wir ja rumlaufen. Hallo? Okay. Oh je. Oh je. Vielleicht kommen wir hier gar nicht mehr hoch. Weil hier der Berg immer höher wird. That could be. Das wäre nicht gut. Denn ich weiß ja, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich, wie wir hier hingekommen sind. Ähm. Hey, Käse, wie sind wir hier hingekommen? Oh je, ne. Hier sind wir hergekommen, oder? Ja, hier bei diesem Pilz. Okay. Das war wohl nicht so eine geile Idee, hier raus zu schwimmen. Das war nicht gut, glaube ich. Hm. So, gucken wir. Vielleicht finden wir hier drinnen, sieht so ein bisschen nach, äh, das wollte ich gerade sagen, nach, nach, nach. Oh. Ähm. Ich bin gerade irgendwie zu dumm zum Sprechen, äh, das sieht nach, nach Sumpf aus wollte ich sagen, aber ich musste auch gerade niesen, also. So, gucken wir, ob wir das zumindest, können wir jetzt mitnehmen. Ja, wir können wieder was einpacken ein bisschen, weil wir das repariert haben. Ähm. So, wir wollten gerne in den Norden gehen, also gehen wir auch gerne in den Norden. Weiter geht's. Oh, Geld lassen wir natürlich nicht zurück, aber ein bisschen was reparieren können wir natürlich schon. Drücke A für einen Tipp. Okay. Äh, oh. Der Weg zum Pilgerfels scheint verschwunden zu sein. Ich finde einen anderen Weg. Hä? Wie jetzt? Ich bin verwirrt. Egal. Meine Verwirrung soll uns nicht aufhalten. Oh, hier ist noch ein Traktor. Können wir den Reifen mitnehmen? Nein, ich trage zu viel. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo wir sind. Nein. Aber hier muss doch irgendwo ein Camp sein. Pilgerpfad Atoll Goldfeld. Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es noch ein Camp gibt? Das sieht nach Camp aus. Ja, wir haben ein Camp gefunden. Goldfeld. Achso, Goldfeld ist ein Camp. Okay, wir bauen erstmal Sachen. Dann haben wir wieder Platz für mehr Ressourcen. So. Was bauen wir? Könnten wir hier jetzt so richtig kreise Häuser schon bauen? Sollen wir uns das gönnen? Ich weiß nicht. Komm. Wir gönnen uns. Hallo? Warum geht das nicht? Warum geht das da hinten nicht? Okay. Ich will noch ein zweites bauen. Oh, das ist falsch. So, ja, eigentlich sollten wir uns vorher mal um unterschiedliche Sachen kümmern. Ich will den Foodtruck bauen. Nee. Nee. Wir bauen den Grill. Ich finde, der Grill passt immer am ehesten irgendwo hin. Hier ist der Grillplatz. Aber bitte einmal umgedreht. Danke schön. Sieht zwar irgendwie auch strange aus. Weißt du, vielleicht gehört das aber gar nicht so. Ich bin dumm. Oder? Nee, aber ich glaube, die Leute stellen sich schon hier so rein. Dort, wo der Sonnenschirm ist. So, hier gibt es auf jeden Ohrenfuchs. Drei, vier, fünf. Was machst du? Sechs. Ich zähle bis zehn. Sieben. Spielst du Verstecken? Ja. Willst du mitspielen? Bist du nicht gerade mitten in deinem Spiel? Nein. Niemand will mit mir spielen. Wieso zählst du dann? Ich übe nur. Ach so. Willst du mitspielen? Klar. Du zählst bis zehn. Viel Glück bei der Suche. Ich bin die Beste in diesem Spiel. Es gibt so viele Stellen zum Verstecken in diesem Park. Also such überall. Mach die Augen zu. Was? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ich komme. Okay. Das ist jetzt aber schon strange. Okay. Okay. Ich muss ich die jetzt wirklich suchen oder muss ich die jetzt, also, also jetzt sofort? Oder kann ich die auch jetzt später suchen? So. Wir wollen was zum Chillen bauen. Ich würde mal sagen, einen Picknick-Tisch, um was gemütlich zu essen. Und ich habe jetzt nicht hingeguckt. Und dann noch ein bisschen Dekoration. Wieder einen tollen Torbogen. Ich liebe diesen Torbogen. Ah, hier ist aber schon ein Fahnenbogen. Okay. Einen weiteren Eingang gibt es eh nicht, oder wie? Nee. Schade. Aber hier gibt es Loot. Also gönnen wir uns einfach den Loot. Okay. Dann müssen wir andere Dekorationen bauen. Oh. Geld, 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 Geld. Es wird doch schon Nacht. Oh Gott. Wir besteigen diesen Berg. Ich weiß nicht, warum. Okay. So, gucken wir mal. Wir müssen ja noch ein bisschen was bauen. Also, was müssen wir noch bauen? Deko und Party. Einen großen Pool könnten wir bauen. Was könnten wir für Deko bauen? Ich bin mit der Deko unzufrieden. Das können wir auch nicht wahrscheinlich über den Tisch bauen, oder? Nee. Dann will ich lieber den fetten Pool haben. Ich weiß nicht, warum. Großer Pool. Boah. Gegönnt wurde sich da. Gegönnt. So. Und Deko. Keiner Blumenkasten. Oder eine Fackel. Hier gibt es nicht so viele Fackeln. Perfekt. Eigentlich wollte ich das ein bisschen platzieren. Komm schon. So, wollte ich das. Nee. Ich bin unzufrieden. So. Es gibt einen neuen Gast. Und eigentlich brauchen wir noch ein zweites Zimmer. Oh, ich will noch ein Bungalow bauen. Aber dann bauen wir halt ein Tipi. Damit die zumindest beide schlafen können. Stellen wir einfach mal hier hin. Es kommt dann weg. So, wer bist du? Hi. Ich bin seit ein paar Tagen wandern. Ja. Und? Macht es dir Spaß? Es ist wundervoll. Ich war am Schildkrötenfelsen. Aber die Gondel war kaputt. Okay, okay. Gut to know. Aber dann würde ich jetzt einfach mal schlafen, oder? Äh, schlafen. Nice. Okay, der nächste Tag ist angebrochen. Oh, wir müssen noch einen Gegenstand bauen für mehr Party. Also für noch einen neuen Kunden. Eine Schaukel. Eine Schaukel ist doch immer fein. Schaukel können wir da ganz... Achso. Ah. Manchmal finde ich, ist der Platz... Hallo? Manchmal ist der Platz ein bisschen unzureichend, muss ich sagen. Zumindest für mich. Ich weiß nicht. Es ist manchmal zu wenig Platz. Oder wir könnten auch ein Feuerwerk bauen. Haben wir irgendwo so ein Felsen oder so, wo wir das draufstellen könnten? Hm. Hier am Eingang ein Feuerwerk ist auch gefährlich. Aber egal. Jetzt kommt sicher gleich noch einer. Kommt. Zwei von zwei Campern? Ich will noch einen Camper. Okay. Es gibt wohl keinen Camper mehr für uns. Aber hier gibt's Loot. Gucken wir mal. Wo geht's hier lang? Berggipfer, Atoll, Gold... Ach ja, genau. Wo war denn der Traktor, Leute? Hier war der Traktor. Ja, Traktorrad nehmen wir auf jeden Fall mit. Ganz wichtig. Gucken wir. Oh, das können wir auch noch loten. So viel Lot gibt's hier. Ist jetzt hier noch jemand dazugekommen? Ja. Gut, wir müssen... Die Katze. Bauen wir doch gleich noch einen Bungalow. Das ist doch nervig, dass man den so weit nach vorne stellen muss. Aber okay. So, dann noch was zu essen. Ach so, reden wir erst mal. Was? Ich hab nichts gesagt. Magst du Pudding? Ähm, was? Was ist los mit dir? Sprich bitte lauter. Ich kann nicht so gut hören. Was ist denn passiert? Nein, kein Problem. Nein, kein Problem. Aber danke trotzdem. Ich bin verwirrt. Wie geil. Okay, wir brauchen Essen. Wir haben nichts für Essen. Sind ein bisschen gerade rar. Ich hab Hunger. Wo können wir den Radio hinpacken? Klar, in den Pool packen wir den Radio. Cool. Jetzt fehlt hier aber nicht mehr so viel. Dekoration? Nee. So. Okay, dann gucken wir einfach mal. Ach so, ich würde mal kurz auf die Map gucken. Finde das Camp. Ja, das haben wir. Halte den Park entstand. Finde alle Camps. Repariere den Traktor. Bringe den Brief an Herrn Bern. Bernd. Versteckspiel. So. Oha, da oben. Okay, das heißt, wir haben einiges übersehen. Interessant. Wie sieht's aus bei unseren Skills? Ähm. Schmiede. Schmiede. Ja, mehr Metall ist sicher gut. Und Holzsammler. Wir brauchen mehr Holz. Ist auch gut. Passt. Okidoki. Dann gehen wir doch einfach mal Richtung Norden, oder? Ich hab noch absolut keinen Plan. Aber wir versuchen das. Gucken wir jetzt einfach mal um. Hallo? Manchmal steckt man so ein bisschen fest. Oh. Ich hab nicht genug Ressourcen. Okay, nach rechts, nach links. Hier? Hey, wo sind wir denn jetzt? Das ist ja ein bisschen verwirrend. Teilweise. Okay, eigentlich wollte ich hier gar nicht hin. Ich wollte eigentlich da nach links. Das ist grad... Ja, ich... Die Fackel können wir nicht reparieren. Gott, mein Fuß ist grad eingeschlafen. So, loot. Loot, loot, loot. Und hier auch nochmal. Loot, loot, loot. So. Irgendwie, diese Lichter sind noch ein bisschen strange. Mit denen können wir nix machen. Aber ja gut. Wir wollten gen Norden gehen. Fackel repariert. Sehr nice. So, wir sind jetzt ziemlich im Norden. Okay, da vorne ist auch noch... Oh, mein Fuß ist eingeschlafen, Leute. Das ist nicht so angenehm. Okay, gucken wir einfach mal. Was wir dort sehen? Das sieht nämlich aus wie so ein Boot. Boah. Okay. Da rechts ist noch eine Insel. Ah ja, ein Versunkel. Äh, was ist da los? Das Wrack sieht cool aus. Ja. Sieht's auch wirklich. Aber wir haben jetzt leer gelootet. So, hier war noch irgendwo eine Insel. Dann gucken wir doch, was die Insel so kann. Na, hoch. Ah ja, Loot. Du trägst zu viel. Wir tragen schon wieder zu viel. Das kann doch nicht sein. Wir tragen immer zu viel. Äh. Ärgerlich. Bei dem Wrack waren wir gerade. Hier ist eine Insel. Hier ist eine Insel. Zu gucken, wo wir sind. Ah ja, da rechts oben. Okay, okay. So. Wahrscheinlich brauchen wir wieder Schlafplätze. Hier würde ich die echt süß finden. Ah ja, wir hätten das nehmen sollen, dass wir mehr tragen können. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wer zuerst weg. Wer zuerst wegguckt, hat verloren. Na gut. Gut. Okay, los geht's. Oh, er hat geblinzelt. No. Haha. Okay. Du hast gewonnen. Gut gespielt. Du bist ein starker Gegner. Gut gemacht. Jetzt knipp... Jetzt kippe ich mir Wasser in die Augen. Ich auch. Blödes Spiel. What the fuck? Okay, wir machen ihn noch happy mit irgendeiner Partyaktivität. Äh, eine Schaukel. Wie groß ist der Bereich eigentlich? Nicht so groß. Dann stellen wir hier so einfach an den Strand eine Schaukel hin. Das ist doch nett. Dann fühlt er sich sicher gleich wohl. So, wir sind ganz rechts. Wir könnten jetzt versuchen, irgendwie nach ganz links zu kommen. Wobei eigentlich wollte ich das auch looten. Hier gibt es sicher viel Loot. Oder drüben gehen schon die Inseln weiter. Loot, loot, loot. Hallo? So. Hier war doch bestimmt noch mehr Loot. Weiter geht's. Uah, ein bisschen verwirrend. Ist es schon. So. Okay, ich glaube, das war es hier oben. Aber es ist auch eine nette Gegend hier. Ganz oben. Mit so ganz kleinen Inseln. Süß. Sehr süß. So, gucken wir. Vielleicht haben wir ja schon wieder neue Aufträge hier. Okay, kommt hier jemand Neues. Oh, wir haben schon zwei. Jen. Und, wer bist du? Gefällt dir der Pack? Es ist ganz schön hier. Abgeschehen von den Bienen haben wir ein bisschen ins Gesicht gestochen. Oh, bist du allergisch? Oh, bist du allergisch? Nein. Alles okay. Ich wollte nur ihr Freund sein. Okay. Alles easy cheesy bei dir, oder wie? So, bauen wir noch ein Bungalow. Ne, eine Holzhütte. Was auch immer. So, hier so hin. Und dann drehen wir das so. Dann könnten wir das noch so ein bisschen umplatzieren. So, vielleicht so. Perfekt. Das sieht doch nett aus. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Sachen. Oh, ganz viel Dekoration wollen die. Feuerwerk hätten wir jetzt noch im Angebot. Am Strand ein Feuerwerk. Das ist doch auch nett. Und dann noch zweimal Deko. Oh, ich will wieder ein Torbogen. Zaun, Gelande. Können wir die so irgendwie so, keine Ahnung, exakt so? Ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber... Ne, ich wollte jetzt eigentlich die Gelande noch mal ein bisschen verschieben. So vielleicht? Ja, so ist, glaube ich, ein bisschen besser. Wie heißt der andere Typ eigentlich? Dan. Okay. So, wir müssen nach links. Oh, hier ist Holz. Holz, 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 Holz. Okay, wir gehen immer weiter hoch. Loot. Wartet. Hier war jetzt rechts und links, war Loot. So. Oh Gott, oh Gott. Loot, 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 Loot. So, nein. Gott, wir stürzen ab. Haben wir eigentlich schon wieder Skillpoints? Ich habe keine Ahnung. Sollen wir mal nachgucken? Wir haben zwei Skillpunkte. Äh, wir wollten... Oh, wir wollten ja mehr tragen können. Münzen. Finde mehr Münzen. Finde mehr Pilze. Die Karte zeigt mehr Elemente. Erhalte eine stärkere Fackel, um nachts mehr zu sehen. Sehe mehr beim Erkunden. Erhalte Ressourcen, wenn du Gebäude abreißt. Oh, ich dachte, das bekommen wir schon. Erhalte mehr Münzen an Essensstationen. Trage mehr Ressourcen. Das und das wäre sicher gut. Aber wir nehmen mal das Tragen von mehr Ressourcen. Das finde ich irgendwie sinnvoller. Oh, wir haben einen neuen Rucksack. Wie cool. Ähm. Was können wir... Ich war gerade verwirrt. Wartet mal. Ich wollte nochmal gucken hier unten. Vielleicht können wir noch was bauen. So, den Torbogen vielleicht. Wo ist denn eigentlich der Eingang zu diesem Dorf? Das ist eigentlich hier, oder? Das ist eigentlich voll strange hier. Hier ist ein bisschen komisch, aber okay. Ja, man geht hier so quasi rein. Und fertig. Aber jetzt wollte ich noch gucken. Weil hier stand, das Atom ist schon fertig. Aber hier sind wir gerade. Ich bin verwirrt. Und wir mussten gerade noch was bauen. Egal. Goldfeld sind wir noch nicht fertig. Wir sind eigentlich noch nirgends fast fertig. Ein neuer Camper ist hier da toll. Hä? Wie können wir dann fertig sein? Jetzt bin ich verwirrt. Das verwirrt mich sehr, dass es abgehakt ist. Aber zum Beispiel noch nicht mal jeder hat einen Schlafplatz. Hm. Das ist vielleicht noch ein bisschen buggy. Okay, wir brauchen mehr Materialien. Wir sind gerade ein bisschen empty. Dafür haben wir sehr viel Stoff. Okay. Oh, da vorne. Der ist neu. Du bist neu. Gefällt dir der Park? Klar. Aber ich bin nicht für die Aussicht hier. Ich bin auf der Suche nach dem berüchtigten gelben Baron. Oh, von dieser Legende habe ich gehört. Das ist keine Legende. Ich habe ein altes Protokoll der letzten Übertragung des Piloten gefunden. Wirklich? Und was stand dort? Die Nachricht war... Wetterbedingungen verschlechtern sich immer mehr. Notlandung. Unausweichlich. Fliegen über einen Berg. Überall Nebel. Ende der Übertragung. Ich schloss daraus, dass sich das Wrack des Flugzeugs irgendwo in den Bergen befinden muss. Spannend. Willst du mir dabei helfen, es zu finden? Sicher. Ich finde den gelben Baron. Oha. Voll viele Nebenquests. Ich brauche eine wohlverdiente Pause. Ja, wir wollten ja eh noch ein bisschen was craften. Wir könnten einen Sonnenschirm craften. Hier. Am Strand. Braucht man schon einen Sonnenschirm? Was zu essen? Brauchen die noch ein Party? Essen sieht schlecht aus. Deko sieht auch schlecht aus und schlafen sieht generell schlecht aus. Okay, wir brauchen mehr Holz. Hm. Verwirrend. Es ist Zeit. Ich glaube, wir müssten mal in den anderen Camps vorbeischauen. Ach so. Oh mein Gott. Vielleicht könnten wir beim Markt nicht nur Sachen verkaufen, sondern auch Sachen kaufen mit dem Geld. Oh, das wäre vielleicht mal smart gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Oh je. Na, dann gucken wir uns kurz um. Vielleicht finden wir ja recht schnell. Ich dachte eigentlich, dass hier der Weg weiter geht. Aber hier geht gar nicht der Weg weiter. Das ist ja ein bisschen schlecht. Weil irgendwie muss man ja offiziell zu diesem Dorf hier quasi kommen. Aber das ist anscheinend nicht der Weg. Aber da hinten sieht es recht interessant aus. Warte, gucken wir mal kurz, was wir brauchen für den Markt. Ähm, Marktplatz. 30 Münzen. Oh. 4 Holz und 5 Metall. Oje, Münzen. Sammle Münzen. Okay, wir sammeln mal Münzen. So, und wir gehen hier rüber. Und hier sieht es gar nicht so uninteressant aus. Aber jetzt sind wir wieder am Wasser. Ich weiß nicht. Piu. Piu. So. Was geht hier drüben ab? Nicht viel anscheinend. Nämlich gar nichts. Okay. Na gut. Und ich glaube, wir machen an dieser Stelle eine kleine. Aber feine Pause. Und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiter aufräumen und weiter Ordnung machen. Bis dahin. Tschaui. Wir sehen uns hoffentlich. Wir sehen uns hoffentlich. Wir sehen uns hoffentlich. Tschaui. 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 Und dachte.